In den heutigen VIV-Videos schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Collectible Drop an von Marvel. Außerdem gehe ich nochmal auf das Video ein von Forster Hilt, wo es darum geht, ob Rees hier möglicherweise Marktmanipulation betrieben hat, mit Omid Hoken bzw. Insider Handel betrieben hat. Und dann gehen wir am Ende noch auf jeden Fall auf ein paar interessante Daten von VVX Tracker und wir schauen uns an, wie viel Geld fließt denn momentan noch in die App. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein VIV-UG mit den wichtigsten VIV-Videos, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt rein auch ins Video. Aber bevor wir das machen, abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann verpasst du da draußen definitiv keine wichtigen, coolen Videos und auch Livestreams mehr. Deswegen würde ich sagen, wenn du das jetzt gemacht hast, starten wir jetzt auch rein ins Video. Und als allererstes schauen wir uns auf jeden Fall den heutigen Drop an. Das tut mir leid, das hat sich jetzt leider nicht anders ergeben. Deswegen werde ich euch das jetzt auch heute erst hier präsentieren. Das ist aber auch kein wirklich super spannender Drop an dieser Stelle. Wir sehen den ganzen Drop hier heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze ist aus dem neuen Marvel-Film Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Und wie gesagt, heute 17 Uhr deutscher Zeit. Wir sehen hier auch nur ein Collectible und zwar nämlich dieses hier. Ich persönlich kenne das tatsächlich nicht. Wird wahrscheinlich ein Collectible, ein Charakter aus dem Film selbst sein. Das Ganze wird hier einen Listenpreis von 30 Gems haben und eine Editionzahl von 1000 Stück. Außerdem wird das eine Secret Rear sein und eine First Appearance. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das Ganze tatsächlich sogar über Droppreis landen könnte. Beziehungsweise ausverkauft sein wird. Weil wir jedoch einen recht niedrigen Listenpreis haben. Eine recht niedrige Editionzahl. Außerdem eine Secret Rear und eine First Appearance. Und dementsprechend 50 Gems sind da auf jeden Fall. Meine Meinung nach jedenfalls drin. Ansonsten schauen wir uns mal die Daten an. Wie viele Collectibles bzw. wie viele Poster wurden jetzt hier eigentlich bis jetzt gemintet. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange Zeit. Bis zum 26. April ist hier noch Zeit, eure Potions einzutauschen gegen so ein Poster. Momentan haben wir 133 Tonnen Duck-Poster. 161 Mini-Maus-Poster. 179 Dumbo-Poster und insgesamt 185 Mickey-Maus-Poster. An dieser Stelle führt Mickey-Maus tatsächlich sogar, was ich sehr spannend finde. Denn das verschiebt sich immer weiter irgendwie. Aber schreib mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, wenn du noch eine Potion hältst. Und du überlegst sie tatsächlich gar nicht mal überhaupt einzutauschen gegen so ein Poster, sondern zu halten. Wie gesagt, schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Thema an. Kommen wir nun zum Thema Mergen. Und das Ganze wird jetzt bald hier auch ein Ende auf Vivi finden. Jedenfalls erstmal temporär. Denn am 30. April ist sie auf jeden Fall erstmal Ende im Gelände mit dem gesamten Mergen. Für Leute, die Non-KYC-Accounts zu KYC-Accounts transferieren wollen. Deswegen unbedingt, wenn ihr Freunde, Verwandte habt, die das noch machen wollen, dann solltet ihr das unbedingt jetzt machen. Danach würde es, wie gesagt, erstmal vor unbegrenzter Zeit nicht mehr möglich sein. Und ansonsten hier nochmal ein wichtiger Reminder von Vivi, dass ihr am besten überhaupt keine Daten in irgendwelchen anderen Apps angebt, die ihr sonst auch bei Vivi habt. Zum Beispiel in irgendwelchen anderen iOS oder Android oder Web-App Dingen, die von der Community kreiert werden. Ganz, ganz wichtig. Passt da auf, wo ihr eure Daten angebt. Denn die meisten Sachen sind überwiegend wahrscheinlich auch Scam. Und im Endeffekt wollt ihr wahrscheinlich nicht, dass eure Sachen dann plötzlich verkauft werden. Dementsprechend hier auf jeden Fall wirklich die Daten nur bei Vivi angeben und keinesfalls bei irgendeinem anderen Anbieter beziehungsweise bei irgendeinem Community-Mitglied, sei es meine Wenigkeit oder irgendjemand anderes. Eure Daten bleibt auf jeden Fall sicher. Und ansonsten gehen wir auf das Thema von Forster Hilt ein. Und Forster hat das Ganze nochmal angesprochen, was ich persönlich schon vor einigen Tagen angesprochen habe. Und zwar, ich werde das Ganze hier nochmal ganz kurz einblinden, ob hier an dieser Stelle Rescaller Insider-Handel betrieben hat. Und Forster Hilt hat das Ganze nochmal sehr schön aufgeschlüsselt und auch nochmal meine Vermutung bestätigt, dass es an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn macht. Ich persönlich habe einfach mich auch mit der Blockchain ehrlich gesagt nicht wirklich auseinandergesetzt, da ich das Ganze einfach zu undurchsichtig finde für mich. Aber Forster hat hier an dieser Stelle einen sehr viel besseren Weg gefunden, um das schön zu veranschaulichen. Und zwar nicht anhand des Omi-Preises und hier sieht man dann zum Beispiel den Preis, wo er dann sozusagen verschoben hat und wo das Ganze dann eventuell verkauft wurde, beziehungsweise wo dann im Prinzip das Announcement kam. Und wenn man sich das Ganze mal genau anschaut, dann merkt man eigentlich ganz, ganz schnell, dass es hier sehr, sehr geringe Preissprünge gab und also wirklich sehr minimal, wo man einfach sagen muss, da macht das überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt an dieser Stelle dort verkauft hätte oder drei Tage davor, weil es einfach ein ziemlich ähnlicher Preis gewesen ist. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach an dieser Stelle gegessen. Reece ist meiner Meinung nach an dieser Stelle unschuldig und Leute haben einfach wirklich mal wieder versucht, hier das Ganze auszunutzen, irgendjemanden zu finden, wo sie noch mehr Fatsch hören können. Dementsprechend schaut euch aber trotzdem nochmal sehr gerne das Video selber an. Das ist relativ lang, 25 Minuten lang, aber es lohnt sich definitiv. Und Forster schlüsselt das Ganze wirklich sehr schön und objektiv auf. Ich werde euch das ganze Video einmal unten verlinken und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns direkt das nächste Thema an. Ansonsten kommen wir zum Thema BBX Tracker und schauen uns hier auf jeden Fall nochmal ein paar Marktdaten an, beziehungsweise schauen uns mal die Daten an von den Top 100 Collectoren, was hier an dieser Stelle momentan so die Netto-Akkumulation ist. Da sprechen wir nämlich so momentan von der täglichen Akkumulation, von der täglichen, von etwa 600 Collectibles, was wirklich, wirklich gut ist. Jedenfalls am heutigen Tag hier. Und das ist erstmal ein sehr gutes Zeichen. Insgesamt seht ihr jetzt an dieser Stelle hier einmal von Anfang des Jahres bis jetzt. Und wie man schon sieht, es ist auf jeden Fall von der Netto-Akkumulation deutlich weniger jetzt über die Monate geworden. Wir hatten hier einen Tag, wo es hier relativ viele Akkumulationen gab. Aber insgesamt sieht man, dass es tatsächlich immer weniger werden. Hier hatten wir teilweise nur 331 tägliche Akkumulationen. Das waren hier wirklich teilweise über 500. Dementsprechend sieht man auch bei den Whales, es geht ein bisschen zurück. Es ist aber trotzdem immer noch konstant bei den Leuten, bei den großen Whales, die hier am Kaufen sind. Und selbst wenn wir uns hier Dr. Profits Wallet mal anschauen, hier die Nummer 1. Momentan bei über 17.000 Collectibles, was wirklich, wirklich krass ist. Und in den letzten sieben Tagen hat er hier allein insgesamt fast 300 Collectibles akkumuliert. Dementsprechend wirklich ordentlich auf jeden Fall. Und auch alle anderen Wallets, sieht man hier, sind fleißig am Akkumulieren. Es gibt manche Leute, die haben hier teilweise wirklich in den letzten sieben Tagen fast 2.000 Collectibles akkumuliert. Was wirklich, wirklich Wahnsinn ist. Dann gibt es natürlich auch Leute hier, die insgesamt 1.100 verkauft haben. Dafür dann aber wiederum insgesamt 2.300 gekauft haben. Da eine insgesamt Netto-Akkumulation von 1.300 haben. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man verkauft, aber gleichzeitig noch mehr kauft. Dementsprechend ist es auf jeden Fall momentan auch eine interessante Entwicklung hier. Und wenn ihr das Ganze euch selber anschauen wollt, ich packe euch immer unten den ViviX Tracker in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das sehr gerne nochmal selber anschauen. Als nächstes schauen wir uns mal die aktuellen Gem-Purchases an in der App. Das Ganze ist leider nicht aktuell. Es hinkt an dieser Stelle 5 Tage hinterher. Aber insgesamt sehen wir an dieser Stelle wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung meiner Meinung nach jedenfalls. Wir hatten hier teilweise wirklich noch Zeiten, wo wir über 100.000 US-Dollar pro Tag in die App an Inflow hatten. Man sieht aber immer mehr, dass man hier auch unter 100.000 hat. Hier hatten wir zum Beispiel nur 62.091, 61.000 und dann hatten wir teilweise sogar Tage hier, wo es öfter der Fall war, dass wir hier sogar teilweise 55.000 US-Dollar nur hatten. Man muss natürlich sagen, das ist immer noch eine Menge Geld. Aber wenn man das wirklich in Relation zu den letzten Monaten setzt, beziehungsweise zum letzten Jahr setzt, dann ist das tatsächlich deutlich, deutlich weniger als im letzten Jahr. Aber dementsprechend wirkt sich das natürlich auch auf die Preise im Markt aus. Denn wenn natürlich mehr Leute auszahlen als einzahlen, dann ist das natürlich ein bisschen blöd, weil dann natürlich einfach auch der Kaufdruck, beziehungsweise der Verkaufsdruck einfach größer ist als der Kaufdruck, weil einfach weniger Liquidität da ist. Dass das Ganze auffahren kann. Und ja, der Obi-Burn geht an sich relativ gut voran. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier auf jeden Fall Tage mit knapp 400 Millionen, auf jeden Fall, die geburnt wurden von Omi. Hier sogar an einem Tag 768 Millionen Omi-Token. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön. Auch beim Omi-Kurs momentan, dass der so niedrig ist. Dadurch wird extrem viel geburnt. Nichtsdestotrotz ist aber das Ganze hier auf jeden Fall besorgniserregend. Und man sollte das definitiv im Blick behalten mit den Jumper-Justices. Und ich denke mal, dass das Obi-Team das auch schon im Blick hat. Und wird an dieser Stelle wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen und Monaten entsprechende Maßnahmen sehen werden. Sollte das Ganze weiter den Bach runtergehen. Aber das werden wir hoffen, dass das nicht passieren wird. Und dass Obi-Wi hier auf jeden Fall frühzeitig eine Lösung findet. Wenn du das Ganze übrigens auch selber mal ab und zu überprüfen möchtest. Ich werde auch das Ganze Omi-Burn-Street unten in die Videobeschreibung stecken. Dann kannst du es auf jeden Fall jederzeit auch selber nochmal nachschauen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.